Norddeutscher Rundfunk 2021 Was ist denn da? Auf dem Bild, ja? Die junge Frau, das ist eine Göttin, die seit Tagen nach ihrer verschwundenen Tochter sucht. Und wenn du genau hinschaust, dann... Bist du alleine hier? Nee, mit meiner Klasse. Tschüss. 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 Alles okay? Herr Professor? Ja, ja, ja. Keine Ursache. Ich bin froh. Ja, ja. Wir machen. Danke. Ja. Dann wird es so. Gehen Sie mich auf, Lite? Ja, Schatz? Ähm, hast du meine Textnachrichten nicht bekommen? Textnachrichten? Äh, äh, doch, doch. Ja, und? Kommst du heute Abend? Äh, ich, äh... Ja, klar. Gut, dann mach ich uns Paella, okay? Paella, äh, ja, 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 gern. Klaus, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ist alles, äh, alles in bester Ordnung. Schatz, ich glaub, wir müssen reden. Später, ja? Bis dann. Ja, ja, ja. Jetzt nicht. Ich hab doch gesagt, jetzt nicht. Klaus Renner. 59. Professor hier am Kunsthistorischen Institut. Ersprochen. Hat einen Brieföffner. Alte Schule, was? Ein Mitarbeiter hat ihn gefunden. John Babulescu. So vor einer Dreiviertelstunde. So um halb acht also. Danke. Guten Morgen, Hauptkommissar Voss. Sind Sie immer so früh auf Arbeit? Ja. Was machen Sie denn hier? Ich bin Systemadministrator. Ich kümmere mich um die IT. Computerprobleme und so. Wenn ich in mein Büro gehe, dann komme ich hier vorbei. Ja. Die Tür war nur angelehnt. Danke, Herr Babulescu. Kollege? Überwachungskameras? Zeugen? Nee, nix. Hat Tom sich schon gemeldet? Ja, sein Fuß hat gerade geräumt. Mann, Mann, Mann. Immer ist was anderes. Ich stimme Halteverbot. Also wehe, einer eurer Kollegen gibt mir einen Strafzettel. Na, der kann was erleben. Hallo, Franziska. Morgen, ihr zwei. Wo? Da. 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 Da.